Ach, Menno. Was kommt denn da noch, ey? Ach, die Dinger nerven. Okay, haben wir es jetzt? Ich hoffe, da ist noch Schild, das kommt mir sehr gelegen. So. Ein bisschen hilft der wieder, aber nicht viel. Aber jetzt scheint hier endlich mal wieder ein bisschen Ruhe zu sein hier. Das war ja hier mega voll, vor allem voll von diesen Drecksviechern auch. Gut, ansonsten sieht das jetzt gut aus. Ja. Okay. Okay. Man, die Musik ist ja spannend wie je zuvor. Wow. Absolute Spitzenklasse. Man kann es gar nicht in Worte fassen, wie gut diese Musik gerade ist. So abwechslungsreich auch, ne? Ja. Da weiß man, was gut ist. Ach, komm. Na, wenigstens, wenigstens bisschen spendabel, dann können wir es auch reinsehen. Nicht spendabel gewesen wäre es scheiße gewesen, aber so geht's. So, gut. Speichern. Auf damit. Na, ist auch spendabel. Gleich speichern. Habe ich gespeichert? Jetzt habe ich gespeichert auf jeden Fall. So, was haben wir hier? Oh, ne Megamissile. Ne, da kommen wir nicht durch. Oh, ne Megamissile. Ne, da kommen wir nicht durch. Okay. So. Aber wir können diesen Schalter hier drücken. Okay, speichern. Wieder eine Aufgabe erledigt. So, was muss man jetzt tun? Ach, ich ahne schon, das Ding da unten, da kommen wir jetzt durch. Ah, wer ist das denn jetzt schon wieder? Ach, du Scheiße. Gar nicht gut, gar nicht gut, gar nicht gut. So. Ah, ich hab's die Dinger so abgrundtief. Okay, noch einer. Immer die, äh. Bist du tot? Ja. Sehr gut. Ah, bloß speichern. So. Gut. Okay, dann haben wir das auch. Ich höre schon wieder jemanden. Hm. Na, hier ist ja echt was los. Ah, da. Schild. Sehr gut. Ah, unser Schild geht's wieder gut, aber unser Energy überhaupt nicht. Und hier ist. Wer denn jetzt wieder? Ah, du schon wieder. Warum denn du? Der stirbt aber erstauntlich schnell von da aus. Das erstaunt mich. Hätte ich nicht mal eine ganze Maßdreiber-Munition und den Dingern auslassen sollen, war? Das hätte anscheinend Sinn gemacht. Gut, hier ist erstmal wieder Ruhe, glaube ich. Dann können wir jetzt hier runter. So. Muss ich mal einen Schluck aus meiner Cabotasse nehmen? Hm. 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 Ja, sorry, das muss sein. Für dieses Spiel braucht man... Ja. Ja. Getränke, die Nerven wieder aufbessern. So. Okay. Hm. Hm. Die Vaurus ist gar nicht mal so schrecklich, wie sie einst war. Wahrscheinlich ist die an diesem Schiff ein bisschen besser zu gebrauchen. Denn hier haben wir ja auch dreimal Flammenwerfern, also gedönst, ne? Ach, die Scheiße. Hm. Ach, die Scheiße. Daaaarauf muss sich die Musik ändern, sagt sie sich. Ich hoffe, dass die jetzt mal ein bisschen brauchbar ist, als die Anfangsmusik da. Müsliere. Hm. So, speichern wir das mal. Müsliere. 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 rote ist leicht dumm kann das sein was sind das für dinge ah nee nicht die nee da ist nichts zugekommen 25 energy müde was sind da los hauen machen die sich gegenseitig platt oder was ist da los was ist da los infighting und dies sind drei das sehe ich ja zum ersten mal was hölle tatsache das ist ja was dies sind drei infighting ok cool warum habt ihr euch nicht gern gegenseitig was zur hölle die gleich hier noch ein schluck aus meiner kabo tasse nehmen bis sie fertig sind das ist toll dass sie sich gegenseitig platt machen aber warum machen sie das das ergibt keinen sinn aber sie machen es mich dabei in ruhe lassen ich habe damit nichts zu tun ich habe den streit nicht begonnen ich bin unschuldig aber die treffen sich auch nicht ne naja steht ja gerade selber fest wie scheiße diese drei waffen sind wa abgang machen ne sich blöd dass ich jetzt eine mars treuer verschossen habe das gefällt mir eigentlich jetzt nicht so gut wo sind denn die anderen ach da da ist der andere ne die ist ja sowieso kacke ach sollte mich korrigieren die sind drei waffen sind alle kacke so ähm außer mars treiber mars treiber ist ganz cool aber die munitionsmenge mit dem ding ist natürlich auch so ne beliebige geschichte ne hm willst du denn jetzt meinst du hast was zu melden oder was ich denke nicht so dann haben wir dich noch unglaublich der hat mich sogar noch getroffen was ist ja nicht der ist so schlecht den kann man sogar so erwischen nice da ist noch energy was bist du jetzt what ich verfehle deinen schalter oh spendabel so ok speichern so so da ist noch der da kleine energiespender so und was ist auf der seite noch noch jemand der mehr energie spenden möchte hier soll es ein secret level geben soweit ich weiß nein das machst du nicht das seh ich ja gar nicht ein dass du das machst vielleicht vielleicht kann man dich ja von hier wieder ach nee da geht das ja da rum ne wasser fuck ok ok aber was passiert wenn ich da rein geh dann komm ich da nicht mal raus oder wat ah ah das wünschst du dir aber das kriegst du nicht noch mal hin so ist das kleine das stück jetzt hin zurzeit nicht da dann kann ich ja speichern so gut oh ein secret aero hier ja nice aber was soll ich hier schild bekommen naja gut dieser secret aero hier zu finden war jetzt aber keine besonders große aufgabe ne es könnte natürlich wieder in diesen komischen dingern was drin sein das weiß ich nicht da bin ich dann hier wieder da komme ich auch noch rein so rein hier jetzt haben wir hier schönes schmarrt die ist voll das ist ein bisschen energy okay so ne smarte smart ist da drin aber ist jetzt nicht so ohne guided ja eine guided ist gut bist du mach auch energy aber ansonsten warst du eine omega kanone die ja hier der größte abfall ist sehr enttäuschend weil bei diesen zwei war die ja total awesome ne aber hier geht hier mal gar nicht speichern so gut waren wir hier schon durch nein waren wir noch nicht so ein impact morde oh 10 nice das nehme ich doch gerne mit das secret ist mir schon mal sympathisch gut homies sind voll und eine hässliche plasma aber die ja gut es ist auch wieder energy ne wollen wir uns nicht beschweren gut da geht es nicht weiter was wird passiert wenn man sich da erwischen lässt gut da brauche ich nicht nochmal hin da komme ich auch auf der anderen seite hin so gut gut was haben wir da hinten noch ich glaube waus munition ne die könnte ich eigentlich auch mal wieder ganz gut gebrauchen ja sehr gut die kann ich wirklich gut gebrauchen den hatte ich schon ja den hatte ich schon dann ist das die rückseite gut hier flog aber irgendwo noch so ein kleines missstück rum und ich weiß nicht wo das jetzt ist das hätte ich auch noch ganz gerne getötet level 1 key wieso denn level 1 key wir sind doch in level 12 das wird schwierig nee 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 da haben wir ja glaube ich her ne markiere ich das mal einen gang job wäre es jetzt noch wenn das nicht der eingang war und wir ja ne ist aber so gut wo ist der typ denn jetzt wo muss ich hin und überhaupt das geht es mit schielten wir sich ja wieder gut und energy mäßig wieder aber ich muss jetzt mal hier weiter kommen und jetzt noch eine rückseite vielleicht ist das ja direkt das war doch eine homing was der geschossen hat oder ich glaube schon die homing hat nicht ernsthaft fünf damage das ist nicht euer ernst und da wundere ich mich noch warum die homing so wenig schaden macht wenn ich sie schieße wow ich lade trotzdem mal eben weil das sehe ich nicht ein gee gut 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 ich